Es macht keinen Sinn. Im Endeffekt haben uns da auch Dinge ausgezeichnet. Ein schnelles Umschaltspiel muss ja auch wieder passieren. Bei den Bayern hat sich personell nicht ganz so viel verändert wie bei uns. Das war ein tolles Spiel damals. Es ist auch vorbei. Die Zuschauer reden heute noch davon. Jetzt liegt es an uns, dass man vielleicht auch am Sonntag wieder positiver spricht. Da werden wir alles dafür tun. Es kann sein, dass wir vielleicht ein, zwei Szenen noch mal Revue passieren lassen, was uns damals ausgezeichnet hat. Aber es wird auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel werden. Man sieht schon, was da für eine fußballerische Qualität auf einen zukommt. Sie haben ein Tempo in allen Reihen. Sie haben eine fußballerische Qualität. Sie sind sehr variabel im Vorderbereich. Sie haben jetzt keinen Lewandowski mehr, der jetzt ein bisschen schon der klare Zielspieler war, was Flanken anbelangt. Aber sie machen das individuell. Und das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Konzentration. Aber es ist auch so, dass wir, wenn wir mal einen Ballbesitz haben, dadurch, dass Bayern auch versucht, natürlich sehr früh zu pressen, vielleicht sich auch mal Räume ergeben und die musst du dann halt einfach finden. Aber wir wissen schon, dass es keine leichte Aufgabe wird. Aber trotzdem freuen wir uns, dass wir weitere zwei Spiele in der Saison gegen Bayern München haben dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.